Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme, oder eher gesagt einer eigentlich weiteren, weil wir keine richtige Pause dazwischen hatten. Wir hatten ja gestern zweimal aufgenommen und ja, heute schon wieder. Es ist immer noch dasselbe Wochenende. Wir wollten ja Ägypten fertig bringen, aber wurden durch eine Essenspause eigentlich unterbrochen und danach kamen wir nicht mehr dazu, Ägypten zu beenden. Das werden wir jetzt aber dafür nachholen. Wir gucken mal, was der Händler hier zu verkaufen hat und natürlich ist auch wieder Us und Wem mit dabei. Hallo ihr zwei. Hallo! So, was hat der Händler denn hier? Ähm, nicht in diesen Tagen. Ich guck mal eben. Der, oh, er ist besser. Als meine, ich glaube ich nehme den, dann habe ich eigentlich mal einen besseren. So, der ist verkauft. Wie viel hat sich da den GPS gesteigert? Eigentlich nur um neun, aber das reicht mir. Ich werde jetzt erstmal den noch verbessern mit ne, äh, mit nem Dings. Und dann sollte der eigentlich insgesamt besser sein. Hm, okay. Der müsste den gut verbessern. Deine Sachen sind bei mir sicher. Und jetzt hat es mein DPS erstmal um 30 erhöht. Boah. So, jetzt kommen wir mal zu dir und guck mal, wie viel ich insgesamt mache. Also, mit dir mache ich 177. Das ist schon mal in Ordnung. Ich mache alleine 220. Hat sich das deutlich schon mal verbessert. Gut, dann wollen wir mal hier noch oben hin weiter. Ich mache alleine gerade mal 130. So, jetzt sind wir in Dachur. Nach dem Brunnen der Wiederherstellung. Hoffentlich passiert diese Aufnahme nicht so viel. So, hier sind unsere Reptilien. Äh, Wem, wann kommst du? Tuck. Er knallt einfach so voll gegen die Wand. Wem, wann kommst du hier nach unten? Ja, erstmal falsch laufen. Scheiße. Ja, die Renekton's lassen sich nicht alleine prügeln. Los. Dann warten wir erstmal auf Wem. Na, jetzt hat er den richtigen Weg gefunden. Ja. Ja, das habe ich mir dann gedacht, dass ich falsch gegangen bin. Go! Was heißt ihr denn gerade? Da hinten. Ja, du bist gerade etwas weiter oben als wir, aber okay. Ja, hier sind halt auch Gegner. Ja, passt das. Gesundheitstrank. Warte, da haben wir unten noch was. Bist du ja theoretisch von, da, da seid ihr ja. Ja, wir sind noch ein paar Felder. Wieso seid ihr da hinten, soweit? Moment, ich komme jetzt zu euch. Bei dem beteilige ich mich, ha. Ach Gott, freue ich mich erstmal mit mehr Schaden zu machen, ey. Ist halt ja aufgeregt. Hier geht's weiter. Frosstrahl. Nee, das ist ein Schrein der Fahrer. Moment, ich komme sofort. Ja, wie viel habt ihr denn? Ja, das ist ein Frosstrahl. Achso. Der obere Neil. Ja. Ja, der hat ja gleich einen bläulichen Schimmer gehabt. Wenn er weiß gewesen wäre, wäre es ja Erfahrung gewesen, aber... Ja, er sah so weiß aus. Fank mich. Nee. Da hast du dich trügen lassen. Da fallen die Gegner rum. Ach Gott. Hauptsache, dieses Wochenende fast... Ja, eigentlich jeden Tag aufgenommen und das nicht gerade zu wenig und dann war ich auch noch leicht erkältet, ey. Na ja. Stell dich nicht so an. Nee, es ist ja auch nicht schlimm insgesamt. Aber für Aufnahmen ist halt eben vielleicht etwas super optimal. Ansonsten stört mich das überhaupt nicht. Also, ich hüßle ja nicht die ganze Zeit oder so. Das ist wenig, aber trotzdem. Ist halt immer ein bisschen nervig. Geht ja einfach ums Prinzip. Mastiger Centurion. Der ist genauso schnell da wie alle anderen. Äh, da haben wir einen Frostschreim wieder, okay. Mach ganz direkt da einen... Ein neuer, genau. Aufseher. Wenn ich die ganzen Reptilien sehe, erinnere ich mich daran, dass ich bald schon bei LOL so viel Kohle habe, dass ich mir Renekton holen kann. Hehe. Haha. Gut. Willst du dir holen? Was haben wir aber... Natürlich, Renekton wird lustig werden, auf Support zu spielen. Das... Ich... Mal gucken, wie es wird. Hätte ich jetzt eine große Community, die LOL spielen würde, dann würde ich jetzt sagen, wie kannst du nur? Aber das ist mir egal. Der steht. Der steht hier bei mir. Das Krokodil. Der chillt. Warte, hier oben ist er auch so lang. Ja. Ach, die Dungeons. Ich darf mich davon nicht mehr beeindrucken. Das ist schon so genug. Vemp und ein anderer Kumpel haben sich schon dran gewöhnt, weil sich alle Supporters sehen inzwischen auch egal. Ich bin ja auch nicht alles normal AD Carry. Ich habe ja auch mal ein Schwergungscheiße gemacht. Das ist ja nicht scheiße, wenn es funktioniert. Ich meine, Jace, äh, Jarvan hat ja funktioniert, mein Gott. Oh ja. Das war lustig. Aber weil du jetzt lange nicht mehr Jace gespielt hast. Ich glaube, da unten haben wir noch was vergessen, oder? Ja, Jace wurde ein bisschen genervt halt, obwohl es ja jetzt ein bisschen nerviger geworden ist. Aber egal. Ich wollte auch immer nochmal Yasuo ausprobieren auf Botlane. Ich meine, ich habe zwar nichts gegen Leute, die, äh, Fernkampf haben, dann kannst du von mir aus auch... Sag nichts, ich habe auch schon Würfen AD Carry gespielt und es hat funktioniert. Ja, aber ich bin allgemein damit etwas unzufrieden, als wenn jetzt hier, äh, äh, ein Fernkämpfer da ankommt. Und das ist einfach ein bisschen besser. Dann kannst du nämlich leichter farm. Ähm. Und kannst halt eben auch schon auf die Entfernungsschaden aufteilen. Also ich finde, es geht eigentlich, wenn die halt genug Get Closer haben. Dann funktioniert das auch als Milliarde Carry. Naja, aber jetzt jedenfalls zurück auf Titan Quest bezogen. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt noch ungefähr... Ne Viertel bis halbe Stunde ungefähr nach dem Rennen. Sorry. Was ist dein Problem? Ich habe den Wolfer schlagt. Äh, 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 äh. Egal, ist für euch egal, der Wolfer ist eh eh nichts wert. Ja. Pass auf. Jetzt schlack doch nicht auch noch den. Gohle, man wird jetzt auch noch Stufe 1, aber trotzdem. Ja, genau. Also, da ist es mir eigentlich relativ egal, weil ich die immer wieder neu beschwören kann, aber... Ich schrei in der Meisterschaft dann ja nicht mehr. Ja, werden wir auch schon wieder finden wahrscheinlich. Ah, mal gucken. Ah, gut, ich meine, du hast jetzt gerade eben gefragt, ob die Dungeon, die wir jetzt noch betreten müssen, wahrscheinlich am Ende relativ groß ist. Ich glaube, es ist nicht der Fall, aber ich werde mich erst genau daran erinnern können, wenn wir drinnen sind. Dann kann ich erst sagen, wie groß die ist. Na, die halt in Ägypten war riesig. Ich brauche zwei Schläge für die, das über-riesig. Du meinst wohl die in, äh, wie heißt das, in... Äh, Griechenland. Ja, jetzt habt ihr alles eingesammelt einfach. Ja. Hier, die Kacke brauche ich nicht, die Kacke auch nicht. Alles Kacke. Ja, Speer und Bogen, wer zieht sowas an? Ich. Man braucht schon einen Bogen für Fernkampfangriffe. Nimmt einfach einen Stab. Ah, scheiße. Ja, der seltsamerweise mehr Schaden macht, als der Bogen. Mit seiner Autotext sinnlos. Aber naja, man kann es nicht ändern. Schreinerfahrung habe ich jetzt genommen? Weil? Ach so, du warst noch Schreiner Heilung. Ja, ich weiß gar nicht, wer ist im Moment überhaupt vorne oder hinten? Mir fehlen genau vier Balken. Hier ist übrigens ein Schreiner Meisterschaft. Ich hab... Mir fehlen noch dreieinhalb. Oh, nice. Oh. Ja, und du? So, können wir Wunder kaputt machen. Juh. So. Können wir Wunder kaputt machen. Ich weiß nicht, warum du ihn angreifen kannst, aber egal. Äh. Zwei Küchechen. Ein paar mehr Schraubnellen hast du jetzt ja, ne? Ah. Two Chains! Tschuuu. Alter. Nicht schlecht. Alter, hast du gelandet. Ja, du bist momentan der Einzige, die richtig weit fliegen lassen kann. Urs kann ihn nur ein bisschen fliegen lassen und ich als Bogenschutz leider gar nicht. Die reagieren auf Pfeile nicht. Ich müsste dafür meinen, äh, Sperr rausholen. Dann kann ich sie erst fliegen lassen. Und dann auch nur nach hinten, nicht nach oben. Das kannst nur du. Einer ist gerade in die Grube gefallen. Und oben sieht eigentlich am coolsten aus. Schreiner Erfahrung. Also ich habe, wie gesagt, äh, jetzt noch drei, dreiviertel ungefähr. Ich habe, drei, ein Viertel. Ja, eins, ja, dreiviertel. Gut, dann nämlich. Komisch, dass du da nicht vorne bist, weil wir holen ja wieder auf dann auf dich. Wer? Ja, wie auf dich. Wieso holt er? Wenn du jetzt den Schein genommen hast, du bist dann gleich wieder hinten. Immer jetzt vorne. Ja, schon, aber irgendwann wieder hinten. Genau wie jetzt. Ja, weil gewisse Leute, ich will aber jetzt keine gewissen Namen nennen, vorrennen. Genau, deswegen, das kleine Vorrennen. Das kleine Vorrennen. Ja, ich stecke nur eben das schwarze Gebiet auf, toll. Und dann renne ich in leeres, schwarzes Gebiet, wo alle Gegner schon tot sind. Ich weiß nicht. Vor allem, weil ich vorher ja noch keinen Schaden gemacht habe. Jetzt mache ich zwar immer noch nicht viel, aber ich mache immer schon mal ein bisschen mehr Schaden. Ja, dann bitte, Wem. Und, naja, dementsprechend. Ich muss halt gucken, wie ich klarkomme. Alle werden mit Seuche überlegt. Oh, Wem, wo ist der? Der rennt oben entlang. Ich glaube, ich bin anders gelaufen als ihr, ist egal. Ich müsste hier genauso viele Gegner haben. Der schlackst du mal so hin, damit, ey. Mann, hier richtig Stress. So, ein weiterer Tod. Tod. Ah, Spektalenmaterial hat er gefloppt, nice. Nicht weiter immer geradeaus, Leute. So, wir müssen auch noch die Seitengänge entdecken hier. Mach mal gleich. Wie, mach mal gleich, ey. Armspirale der Geschwindigkeit. Ich hätte eigentlich mal die Jalousie, die den Vorhang schließen sollen. Jetzt werde ich hier leicht ein bisschen geblendet. Äh, nicht geblendet, aber sehr halt schlechter. Und vor allem dann so in dunklen Dungeons wie hier gerade sehe ich dann relativ wenig. Warte mal, hier oben entlang, genau. Noch mehr Unto, weil da jetzt kein Drop mehr dabei ist. Boah, ich sehe das hier im Dunkeln gar nicht richtig, weil ich von der Sonne geblendet werde. Davon habe ich ja auch gerade gesprochen. Ah, deswegen bin ich ja auch eben nicht bei euch mitgelaufen, weil ich den Gang nicht gesehen habe. Schon wieder. Aber siehst du uns doch auf der Minikarte. Die grünen Punkte. Ja, ja, habe ich schon zu spät gesehen. Da war ich schon ein bisschen rau, hab mir gedacht, ja, bringt ihr eh nicht mehr zu euch zu laufen. Hm. Jetzt noch zweieinhalb ungefähr. Mhm. Ein bisschen mehr als zweieinhalb. Hoho. Ich will so einen Splittschuss haben, das wäre nice. Wenn ich den endlich haben würde, würde ich fast für jeden Gegner Erfahrung kriegen, weil ich dann mich andauernd beteilige. Weil immer wenn dann eine Kugel, äh, einen Pfeil auf den Gegner trifft, der sich dann auch splittet in mehrere und dann so einen Rundumschaden an alle macht. Dann erinnerst du dich noch daran, dann habe ich immer dieses Ching, Bling, Bling für euch gemacht, weil das ja so Metallkügelchen sind, die dann vom Gegner ausgehen. Das wird man dann schön zu hören, ähm, ja, wenn man schön hören, wenn ich dann den Skill habe. Ja, wenn man überlegt, dass wir jetzt noch am Anfang sind, dann die guten Skills erst wirklich später kommen. Ja, wobei, wir sind 26, 32 ist das Level, ab dem wir endlich normal skillen können. Also zumindest Swamp und ich, weil wir ja nur auf bloßgängige, keine Ahnung, wie du dich geskillt hast. Ähm, dann dauert es auch nicht mehr so lange. Aber ich glaube, um den ganzen Spielen, die ich momentan im Kopf habe, gerecht zu werden, muss ich dann, glaube ich, ab einfach machen wir dann, äh, wahrscheinlich nehmen wir dann nicht mehr ewig und legendär auf, wobei vielleicht legendär dann doch noch, äh, weil im Grunde, die Story bleibt ja nicht... Ja, stimmt, das wäre gut, wenn wir dann legendär noch aufnehmen würden, das wäre ja eine coole Idee. Ich würde ewig, vielleicht würde ich lediglich die besonderen Bosskämpfer aufnehmen wollen, aber ansonsten ist ja die Story eigentlich genau dieselbe. Großveränder tut sich da nichts, aber wenn ihr... Ja, und legendär können wir nochmal so zeigen, wo man dann wirklich die guten Sachen hat. Ja, eben. Weil auf ewig kriegen wir dann die Levels, bis wir dann wirklich relativ weit gekommen sind. Vor allem, wenn wir offscreen aufnehmen, werden wir relativ weit, äh, schnell wahrscheinlich das Level erreichen, weil... Da muss man sich halt eben nicht nach meinen Folgen richten, sondern können einfach sagen, wenn wir Lust haben und alle drei uns sind, dass wir dann Lust haben, äh, dass wir dann einfach spielen. Und sonst einfach offscreen. Ja, genau, das ist ja der Sinn dabei, offscreen, aber dass wir halt eben zu dritt dann offscreen spielen. Aber halt eben erst, wenn wir mit Normalheit durch sind, dass wir ewig komplett so machen. Ja. Und dann am Ende, das Feedback, muss dann unbedingt mal Vamp geben, weil der das Spiel ja noch nicht gespielt hat, was der von dem Spiel hält. Und ich kann dann nur sagen, dass ich das Spiel sowieso schon geil finde. Da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Genauso wie ich eigentlich auf Dungeons & Dragons und Stagger Derry Nice bin, obwohl das eigentlich voll in der Kritik war. Ja, egal. Aber mit Torben macht das so viel Spaß einfach nur. Schön, äh, die ganze Zeit hier sich über die ganzen Fehler und Bugs und sonstiges lustig machen. In jeder, äh, in jeder Aufnahme da fast immer gelacht, ey. Das war unglaublich. Und dann in der Folge 8, die, wie gesagt, am nächsten Samstag rauskommt. Da war komplett Abbruch einfach nur. Ich hab dann vier Minuten lang durchgelacht ohne Unterbrechung. Obwohl die Folge nur acht Minuten lang ist. Weil wir nicht auf die Zeit geachtet haben. Ich glaub, oben geht's nicht. Wir müssen hier unten entlang. Also ich bin wirklich fast die halbe Folge sind, weil wir nur am Ablachen gehen. Na, warte mal kurz. Ja, okay. Wir sind gerade schon in der nächsten Gegnergruppe. Könnt's nochmal nachkommen. Danach können wir ja warten. So. Schakalmensch, Adept. Knochenhaufen. Ohn... Ein Großhelm. Komm, gib mir die Mütze. Einer in Viertel ungefähr noch. Hauptsache jetzt scheinst du ja wohl doch nichts zu tun. Ein Strich. Ja, hab ich ja ein bisschen aufgeholt. Nicht viel, aber ein bisschen.